Herzlich willkommen zum fünften Teil des Themas Eigengestaltung hier in der Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Im letzten Teil haben wir uns überlegt, dass die vier Forderungen an die Eigengestaltung, die wir ja abgeleitet haben aus dieser Grundforderung nach Reduzierung erzwungener Sequenzialität, dass wir die nicht richtig gleichzeitig erfüllen können, dass die zueinander in Konflikt stehen und dass wir da irgendwie einen Weg daraus finden müssen. Üblicherweise stehen Designforderungen miteinander im Konflikt und müssen dann im Kontext gelöst werden. Der Kontext ist hier aber für uns alle der gleiche. Es ist die menschliche Wahrnehmung, die wir als Kontext hier annehmen können und da gehen wir mal zumindest jetzt davon aus, dass die für alle zumindest hinreichend ähnlich ist. Wir finden hier also eine Lösung, die für alle Menschen gleichzeitig eine gute Lösung dieser zwei Designkonflikte gibt, was ja sehr erfreulich ist. Wir machen das jetzt hier und fangen damit an, indem wir uns ein paar Untersuchungen anschauen über die Wirksamkeit von Icons überhaupt und daran können wir dann auch schon so gewisse Tendenzen sehen. Diese Untersuchungen, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, sind alle von Jens Wandmacher und jeweils mit verschiedenen Kollegen veröffentlicht worden und zwar schon in den 80er Jahren. Sie stammen aus einer Zeit, als grafische Nutzungsoberflächen noch etwas Neues waren und in der man, naja, also nicht so aus dem FF schon kannte, wie Dinge aussehen und wo sich keine, naja, Sachen etabliert haben, so wie wir das heute haben. Das hat in diesem Falle für uns einen Vorteil, denn hier werden Untersuchungen gemacht, die man heute fast gar nicht mehr machen könnte, denn man findet gar keine Leute mehr, die, naja, nicht eine gewisse Vorbelastung haben, die durch starke Konventionen schon in irgendeine Richtung geschoben wurden. Das konnte er damals machen, der Herr Wandmacher, weil die meisten Leute entweder gar nichts damit zu tun hatten oder nur textuelle Computersysteme kannten und dann konnte er natürlich Untersuchungen feststellen. Die Grundhypothese damals war natürlich, ja, also diese Icons, diese grafische Nutzungsoberfläche mit Icons, das ist besser, das muss besser sein als solche Text-Buttons, hier hat er doch oft von Text-Icons gesprochen, nehmen wir den Begriff Icon jetzt wirklich nur für das Bild, für das grafische Bild. Das muss irgendwie besser sein und dazu hat er Untersuchungen gemacht, zunächst einmal mit so einer Aufstellung hier, da sehen wir Icons, woher kommen sie, ja, Grafik, löschen, schreiben, senden, zeigen, drucken, so aus dem Desktop-Bereich, irgendwie Textverarbeitung, Schrägstrich Desktop, Schrägstrich E-Mail-Programm, irgendwie sowas in diese Richtung und zu diesen Funktionen gibt es jeweils auch ein Icon unten und, naja, dann hat er untersucht, wie schnell die Leute ein Icon wiedererkennen. Das heißt, den Leuten wurden diese Icons gezeigt und wurde auch gezeigt, wofür sie stehen. Sie sollten nicht erraten, wofür die Icons stehen, was auch nicht funktioniert. Das hat man auch damals schon untersucht und auch damals schon festgestellt, dass das nicht geht. Also man hat den Leuten gesagt, wofür diese Icons stehen und hat die dann in vielen dieser Tests so auf so eine Art, also angeordnet auf eine Art und Weise, dass man eine Zahl drücken konnte, um zu sagen, welches das ist. Also dann wurde man zum Beispiel gefragt, wurde zum Beispiel gesagt, schreiben und dann musste man drei drücken. Und je nachdem hatte eine Gruppe hatte immer diese Texte zu sehen und die andere Gruppe hatte die Icons zu sehen. Das war dann so einer der Versuchsaufbauten. Häufig hat er noch mehrere gemacht, aber das ist der, der für uns jetzt an dieser Stelle mal interessant ist. Ja, gemessen wurde die Reaktionszeit, also wie lange hat es gedauert, bis die Leute das richtige Icon ausgewählt haben oder das richtige Element, müsste man in diesem Fall sagen. Und die Hypothese war natürlich, dass die Icons da schneller sind als die textuellen Darstellungen. Und ja, hat sich das so ergeben? Ja, tatsächlich hat es sich so ergeben, dass die Icons schneller waren, also kürzere Reaktionszeiten hatten als die Worte. Aber wenn man sich das bei den Icons mal anguckt, dann sieht man, dass das sehr ungleich ist, wie schnell das denn gegangen ist. Also man sieht es vor allen Dingen bei Grafik. Ja, Grafik ist irgendwie im Bereich des Textes ziemlich flott gewesen im Verhältnis. Aber das Icon-Grafik ist nur ganz unwesentlich besser gewesen. Also da würde man schon von ausgehen, das kann man eigentlich gar nicht mehr richtig als wirklich besser und als Ergebnis beschreiben. Das könnte im Bereich des Zufalls liegen, was wir hier sehen. Und andere Icons sind erheblich besser gewesen. Also zum Beispiel das Icon für Löschen ist erheblich schneller erkannt worden. Woran kann das liegen? Das ist jetzt Wissenschaft, was gemacht wurde. Man guckt sich das dann an und kann jetzt neue Hypothesen bilden. Jetzt überlegen wir mal, passt es schon zu einer der Hypothesen, die wir ja durch unsere Forderungen so gesehen aufgestellt haben. Was unterscheidet denn Grafik und Löschen stark voneinander? Naja, Löschen ist wirklich ein sehr einfaches Icon, nur zwei Striche. Ein ähnlich einfaches Icon ist eigentlich nur das Schreiben daneben. Und das ist auch ziemlich schnell erkannt worden. Welche haben denn lange gebraucht zum Erkennen? Ja, also Grafik auf jeden Fall ist ein sehr komplexes Icon und das Drucken ist auch ein sehr komplexes Icon und das Zeigen ist auch irgendwie von der Art und Weise einigermaßen komplex. Also man könnte sagen, naja, also hat vielleicht die Komplexität des Icons hier was damit zu tun. Das würde ja zu unserer Forderung nach Einfachheit gut passen. Was ist übrigens die Idee, warum bei den Text-Icons man Unterschiede hat? Naja gut, auch da kann man natürlich sagen. Nicht alle Icons sind natürlich, nicht jeder Text ist natürlich gleich gut lesbar und es ist ja so eine allgemein aufsteigende Tendenz da drin. Da würde ich zumindest mal annehmen, dass die Leute, die da einfach der Reihe nach gelesen haben und dadurch auch so eine gewisse aufsteigende Tendenz an dieser Stelle zu verzeichnen ist. Aber die Funktion unten, also was unten bei den Bild-Icons da drin ist, ist ja schon verblüffend. Es gibt also hier Anlass, darüber mal nachzudenken an dieser Stelle. Ja, wenn das denn so sein sollte, dann besteht natürlich die Idee, kriege ich es denn hin, einfache Formen zu gestalten, obwohl ich eine Bildhaftigkeit erhalten möchte oder beibehalten möchte. Und auch da hat Wandmacher entsprechende Untersuchungen durchgeführt und die stehen hier. Die Begriffe übrigens, die jetzt hier stehen, Wortkommandos reduziert auf globale Eigenschaften, Bildhaft und Arbiträr, sind die Begriffe, die wir verwenden dafür. Also ich habe die Begriffe von Wandmacher ausgetauscht, sodass wir nicht mehrere verschiedene Begriffspaare haben. Wandmacher spricht zum Beispiel oben rechts von Desktop-Icons. Ne, unten links, Entschuldigung, bei bildhaften Icons. Die nennt er an dieser Stelle Desktop-Icons. Aber das ist jetzt für uns eine Begrifflichkeit, die können wir an dieser Stelle nicht gut brauchen. Deswegen lassen wir das mal weg und ändern die Begrifflichkeiten ab in die Richtung, wie sie zu uns jetzt hier passen. So, was haben wir jetzt hier also? Wir haben Wortkommandos. Das waren jetzt wieder die Buttons mit dem Text drauf. Wir haben bildhafte Icons unten. Die sind alle ziemlich detaillierte Icons, die, naja, für die entsprechende Begrifflichkeit stehen, die oben auch ist. Das ist immer die entsprechende. Also man kann mal gucken, dass das tatsächlich passt. Also wir haben den Papierkorb. Da haben wir unten dieses Papierkorb. Naja, ein bisschen eigenartig aus. Sieht irgendwie aus wie eine geöffnete Trommel oder wie ein Klo, ehrlich gesagt. Aber nicht wie ein Papierkorb. Aber gut, wollen wir jetzt mal nicht an dem einzelnen Icon herumkritisieren, sondern mal insgesamt sehen, unten sind also bildhafte Icons, die alle relativ detailliert sind. Dann haben wir oben rechts, nee, machen wir erst unten rechts weiter. Da haben wir arbiträre Icons. Arbiträre Icons, also rein willkürliche Icons. Keines dieser Icons hat irgendwie was mit dem zu tun oder steht für nichts. Selbst wenn man da vielleicht irgendwie was drin erkennen mag. Zum Beispiel könnte man auf dem zweiten Icon, meiner Meinung nach, also vielleicht meine komische Fantasie, so einen abgefressenen Apfel erkennen. Naja, gut. Aber dieses Icon an dieser Stelle, das hat nichts mit Brief zu tun. Also selbst wenn man das jetzt so erkennen würde, dann wäre es trotzdem noch vollkommen willkürlich. Das gilt für all diese Icons dort. Und dann haben wir oben rechts Icons, die hier reduziert auf globale Eigenschaften genannt wurden. Und was haben wir denn da? Was sind denn das für Icons? Ja, guckt euch die mal an. Das erste Icon, das sieht ein bisschen aus wie so ein Pac-Man, kann das für Grafik stehen? Ja klar, das könnte so eine einfache Darstellung, so eine Tortengrafik sein. Das zweite Icon für Brief. Ah ja, also ich muss zugeben, ich hätte ihm noch einen weiteren Strich gegönnt, um dann dem Brief auch zuzumachen. Aber gut, lassen wir es mal dabei. Dann haben wir Drucker. Das kann man, finde ich, gut erkennen. Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung eines Druckers. Und so weiter und so fort geht es für die ganzen verschiedenen Funktionalitäten. Auch der Papierkorb zum Beispiel relativ gut erkennbar. Ja, diese Icons, die reduziert wurden auf globale Eigenschaften, kamen also auch mit hinein. Und auch jetzt wurde wieder so ein ähnlicher Test gemacht. Die Leute hatten das angeordnet wieder auf einer Tastatur und mussten dann entsprechend, naja, Icons finden. Und da gibt es, da hat er noch eine komplexere Aufgabe gemacht. Einmal war es eine Einfachsuche und dann gab es eine Dreifache, ein Dreifachexperiment. Da mussten drei Icons direkt hintereinander gedrückt werden. Ja, was ist die Hypothese? Was kann man sich jetzt denken? Also wenn wir die Hypothese vorher aufgestellt haben, dass diese reduzierten Icons einen Vorteil haben gegenüber den bildhaften Icons, weil sie einfacher sind, dann müssten die schneller sein. Dann müssten die in der Reaktionszeit kürzer sein als die bildhaften Icons. Wenn wir sagen, die Bildhaftigkeit selber ist das A und O, also dass ich darin ein Objekt gut erkennen kann, dann müssten die bildhaften Icons eigentlich die besten Icons sein. Und wenn wir, naja, wirklich nur auf Einfachheit gehen, dann müssten die auf globale Eigenschaften reduzierten Icons und die arbiträren Icons identisch sein von der Wiedererkennungsgeschwindigkeit. Was ist aber rausgekommen? Wir haben gleich mehrere Hypothesen, die natürlich nicht zueinander passen, sondern die teilweise widersprüchlich sind. Rausgekommen ist dieses hier. Rausgekommen ist, dass die bildhaften Icons in diesem Falle, in dieser Untersuchung, bei weitem am schlechtesten waren. Sogar die Wort-Icons waren besser als die bildhaften Icons. Erstaunlich, dass das an dem vorherigen Exklima nicht auch rausgekommen ist. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Aber sieht man auf jeden Fall, hier sind diese bildhaften Icons, vielleicht waren sie so detailreich, dass es lange gedauert hat, es zu erkennen. Jedenfalls waren sie in der durchschnittlichen Reaktionszeit bei weitem am langsamsten. Dann kamen die arbiträren Icons und die reduzierten Icons, die waren bei weitem am besten. Und zwar sowohl in der Einfach- als auch in der Dreifachaufgabe. Bei den arbiträren Icons sieht man interessanterweise diesen Anstieg. Wieso der passiert, weiß ich nicht so ganz genau. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie damit zusammenhängt, dass man, wenn man ein Icon hat, vielleicht noch schnell dann parat hat, wie diese Form aussah. Und bei dreien wird es dann schwieriger, was das mit Merken dann schon irgendwie was zu tun hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Es ist wirklich reine Spekulation. Aber auf jeden Fall ist auffällig, dass dieses reduzierte Icon am besten ist. Die Annahme ist, dass hier die Vorteile kombiniert werden, nämlich die der einfachen Wahrnehmung der arbiträren Icons, in diesem Fall waren ja einfache arbiträre Icons, mit denen der Wiedererkennbarkeit bei der Bildhaftigkeit. Wenn ich das beides zusammenbringe, bin ich offensichtlich dabei und kann das so weit herunterbringen. Das heißt, diese reduzierten Icons sind die besten und die bildhaften Desktop-Icons sind die schlechtesten. Was irgendwie schlechte Nachrichten sind, da diese Icons vorherrschend waren zumindest. Im Moment sind wir auf so einem Weg, wo wir in Richtung solcher reduzierte Icons tatsächlich gehen. Schauen wir uns die Designkonflikte mal hier an. An dieser Stelle, was können wir da sagen? Ja, die bildhaften Icons haben natürlich den Vorteil, dass sie an die vertraute Wahrnehmung anknüpfen. Und die reduzierten Icons, die tun das auch noch. Die haben nämlich immer noch hinreichend Ähnlichkeit mit dem Gegenstand, sodass wir immer noch einen Hinweisreiz haben, einen konstruktiven Reiz haben, der uns diese Wiedererkennbarkeit ermöglicht, ohne die große Komplexität fotorealistischer Icons zu haben. Hierbei nochmal der Hinweis, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu abstrakt wird, dass man nicht diesen Fehler macht, wie hier bei diesen beiden Icons. Denn dann funktioniert die Wiedererkennbarkeit nicht mehr. Wenn man keine Chance mehr hat, es wiederzuerkennen, also das Objekt darauf überhaupt zu erkennen, dann funktioniert natürlich dieser konstruktive Anteil nicht mehr. Wenn wir arbiträre Icons benutzen müssen, kommt ja manchmal vor, es gibt ja zum Beispiel Dinge, die kann ich gar nicht so richtig als Gegenstand und als Bild ausdrücken, zum Beispiel Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Also könnte man vielleicht noch einen Geldschein darstellen, aber naja, man muss irgendwas anderes vielleicht haben, wenn man das denn überhaupt als Icon darstellen muss. Aber es gibt ja Notwendigkeiten, manchmal arbiträre Icons zu benutzen. Ja, dann haben wir mit der Wiedererkennbarkeit hier nicht viel, können wir nicht viel machen. Wir können nur über Konventionen gehen an dieser Stelle, aber die Einfachheit müssen wir dann unbedingt erfüllen. Nicht komplexe, arbiträre Icons erstellen. Das ergibt wirklich überhaupt keinen Sinn. Wenn wir uns diese Icons auf der rechten Seite mal anschauen, das sind hier wieder mal Icons aus Windows 8, aber in diesem Fall mal ein positiver Punkt in Windows 8. Und schauen wir uns das mal an. Wir haben Suchen, ja, das ist eine Lupe, aber einfach gestaltet, eine ganz einfache Darstellung dieser Lupe. Das heißt, wir haben das auf globale Eigenschaften reduziert an dieser Stelle. Start, naja, sieht aus wie die Kacheln von Windows 8, auf globale Eigenschaften reduziert. Einstellungen ebenfalls auf globale Eigenschaften reduziert. Es ist ein Zahnrad, man kann es als Zahnrad erkennen. Aber es ist nicht jedes kleinste Detail eines Zahnrades hier abgebildet. Ein Punkt dazu, was heißt denn hier eigentlich globale Eigenschaften? Was sind hier die globalen Eigenschaften, auf die das reduziert wurde? Das führt immer wieder mal zu Schwierigkeiten, diese Begrifflichkeit. Und ich möchte bitte nicht von euch in irgendeiner Klausur lesen oder in einer E-Mail lesen, von mir aus in der E-Mail noch, aber nicht in der Klausur, dass globale Eigenschaften bedeutet, dass das international verständlich ist. Wir haben ja mehrfach gesagt, das ist so nicht. Es hat mit internationaler Verständlichkeit nichts zu tun und hier mal wirklich überhaupt nicht. Denn hier geht es tatsächlich nur darum, wie das Icon aussieht. Und was sind die globalen Eigenschaften? Globale Eigenschaften bedeutet, ich zeige nur die ganz grobe Form, wenn man so will. Nur die grobe Form, die grobe Lage im Raum wird dargestellt. Das kann man sich bei dem Papierkorb, finde ich, sehr gut klar machen. Das ist ja wirklich eine schematisierte Darstellung eines Papierkorbs, aber es entspricht der groben Form eines Papierkorbs, das so darzustellen. Und alle Details werden weggelassen. Das bedeutet, auf globale Eigenschaften reduziert. Das heißt, man muss bei einem Objekt, was man dann darstellen möchte, überlegen, was dessen globale Eigenschaften sind und die stellt man dann noch dar. Das kann manchmal heißen, dass man vielleicht ein anderes Objekt suchen muss, wenn einem das schwerfällt oder wenn dann die Unterscheidbarkeit zwischen verschiedenen Icons nicht mehr gewährleistet ist. Ja, Unterscheidbarkeit ist ein gutes Stichwort. Wie können wir denn Unterscheidbarkeit eigentlich sicherstellen? Gibt es da auch eine Möglichkeit? Und auch da gibt es eine Untersuchung von Wandmachern dazu. Und wieder mal wurden verschiedene Icon-Klassen miteinander verglichen. Und es geht jetzt hier um Textverarbeitung. Schaut euch das mal an. Links mal wieder Wortkommandos in der Mitte, welche mit einem globalen Unterschied und rechts Icons mit einem lokalen Unterschied. Und Wandmacher sagt gleich dazu in seiner Beschreibung, dass diese Icons an dieser Stelle auf keinen Fall selbsterklärend sind. Also er sagt da schon, das geht gar nicht an dieser Stelle. Es sind viel zu komplexe Operationen, die damit zusammenhängen, wie Wort ersetzen, Sprung zurück und so, dass man nicht aus einem Icon heraus erkennen kann, was das für Funktionen sind. Das geht gar nicht, sagt er. Und da hat er sicher recht, dass das nicht geht. Wie unterscheiden sich jetzt diese Icons hier? Also sie sehen ja schon optisch ganz unterschiedlich aus. Was fällt auf? Auf der rechten Seite sehe ich immer ein Dokument. Ich sehe immer dieses typische Dokument mit dem Eselsohr. Diese Darstellung, die kennen wir ja auch heute noch. Und innerhalb dieses Dokumentes ist dann immer etwas eingezeichnet. Da ist dann etwas durchgestrichen oder es gibt einen Pfeil da drin oder da drauf. Das sind diese Icons mit lokalen Unterschieden. Das heißt, das Globale dieses Objektes ist immer gleich. Wenn ich sagen würde, reduziert das mal auf die globalen Eigenschaften, dann würdet ihr immer nur das Dokument zeichnen und würdet diese ganzen Details alle weglassen. Und in der Mitte hingegen sind genau diese Unterschiede eigentlich nur dargestellt. Man hat also quasi gesagt, das Dokument, das brauchen wir doch gar nicht. Das ist doch immer das Gleiche. Das schmeißen wir einfach weg und machen dann ein Icon, was diese Detailoperation darstellt. Und das ist teilweise hier mit arbitrieren Zeichen, teilweise mit konzeptuellen Zeichen geschehen und teilweise auch, sagen wir mal so, zumindest halbe Bildhaftigkeiten sind da drin. Es ist ein bisschen schwierig an dieser Stelle, diese Unterscheidung zu machen. Es sind auf jeden Fall komplexe Zeichen. Man muss sie erlernen. Das ist auf jeden Fall klar. Was ist der Vorteil der Rechten? Die Rechten sind bildhafter, eindeutig bildhafter. Der Nachteil ist, die Unterscheidung liegt im Detail. Das heißt, ich muss jedes Mal immer detailliert hingucken, was ich denn da für Unterschiede habe. In der Mitte habe ich arbiträre und konzeptuelle Zeichen. Aber der Unterschied liegt in der globalen Figur. Ja, und was ist jetzt rausgekommen? Was ist jetzt besser? Sind die Icons rechts besser als, wäre auch schon mal interessant, sind eigentlich die Icons auf der rechten Seite mit dem lokalen Unterschied besser als die Wortkommandos oder nicht? Und vor allen Dingen, wie verhalten sich dann diese globalen dazu? Die Hypothese ist natürlich, die sind besser. Darum ging es. Das war das, was dargestellt werden sollte. Und glücklicherweise hat sich das auch tatsächlich so ergeben. Was sehen wir denn hier? Also wir sehen erst mal, lokale Icons mit nur lokalen Unterschieden in den Icons sind genauso schlecht wie Wort-Icons in der Geschwindigkeit dessen, wie ich darauf reagiere, in diesem Szenario natürlich. Die globalen Icons sind durch die Bank besser. Das ist eine interessante Feststellung. Wie können wir das begründen? Naja, die Unterscheidbarkeit ist es hier. Diese Icons mit den lokalen Unterschieden, die sind sich alle sehr ähnlich. Das ist doch genau das Phänomen, was wir hatten mit dieser Weltkugel, mit den dahinter hervorkommenden Ordnern, wo es einmal einer ist und einmal mehrere und ansonsten ist das Icon genau gleich. Genau dieses Phänomen haben wir doch hier gerade auch gehabt, dass die Icons sich alle sehr ähnlich sehen. Das Problem gibt es öfter. Ja, von Dr. Web, so ein Forum im Dr. Web, so eine Webseite im Netz, wo über Webdesign vor allen Dingen gesprochen wird und was man machen sollte, was man nicht machen wollte. Gibt es auch was über Icons und da warnt man zum Beispiel vor solchen Icons. Warum? Naja, mach doch jetzt mal hier eine Reduktion auf globale Eigenschaften. Wenn ich die auf globale Eigenschaften reduziere, dann habe ich immer nur noch diese Datenbankdarstellung und das kleine Detail würde wahrscheinlich wegfliegen. Wie kann man es besser machen? Naja, man muss, wenn man solche Kombinationen braucht, darauf achten, dass beide Zeichen zu erkennen sind. Hier würde ich erstmal hingehen und würde sagen, wenn sich tatsächlich alle Icons, die ich habe, immer auf Datenbanken beziehen, dann könnte ich diese Datenbank auch weglassen. Dann könnte ich nur noch das Plus, nur noch das Minus, nur noch die Lupe, nur noch das Männchen und nur noch die Diskette nehmen. Das würde funktionieren und würde reichen. Wenn ich das beides brauche aus irgendeinem Grund, dann muss ich für eine Kombination sorgen, wo man beides gut erkennt, so wie das hier der Fall ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher bei dem zweiten Icon, aber bei allen anderen kann man das Plus als eigenes Zeichen sehr gut erkennen hier an dieser Stelle. Übrigens, unter den globalen Icons waren nicht alle gleich gut. Welches Icon war besonders gut und welches war besonders schlecht? Ich zeige es euch mal gerade kurz noch mal. Was meint ihr, welches Icon Icon war besonders gut? Es ist interessanterweise das Icon für Wortsuchen, der Kreis mit dem Strich da drin. Das ist tatsächlich ein bisschen bildhaft. Das ist so nach dem Motto, ich habe ein Wort und umkringle es jetzt. Das könnte man sich zumindest interpretieren. Das wäre zumindest meine Interpretation an dieser Stelle. Und wenn ich in das Icon mit lokalen Unterschieden komme, naja, da ist das auch so. Da ist auch ein Wort umkringelt da drin. Hier sehen wir, das war erheblich schneller als die anderen Icons. Woran liegt das? Eine Annahme ist, es liegt daran, dass es sehr anders ist. Es ist extrem unterscheidbar. Es ist erstmal sehr einfach, nur ein Kreis und ein Strich, sehr einfach. Und es ist auch sehr unterscheidbar von allen anderen. Es ist nämlich das einzige Icon hier in der ganzen Reihe, was einen Kreis enthält. Und dadurch ist es natürlich, na, hebt es sich von den anderen ab. Nicht insofern, dass es ablenkend wäre, aber dass es unterscheidbar wäre, dass es sehr stark unterscheidbar ist. Jetzt können wir also wieder einen Designkonflikt uns angucken, nämlich den Designkonflikt Ablenkungsfreiheit versus Unterscheidbarkeit oder Gleichförmigverschesunderscheidbarkeit. Ist ja das Gleiche an dieser Stelle. Icons sollten ablenkungsfrei, also möglichst gleichförmig gestaltet sein, damit es keine optischen Schreihälse gibt. Und zum anderen sollten sie so unterscheidbar sein, dass sich die Verschiedenartigkeit der Icons leicht erkennen kann, auf schnelle Art und Weise erkennen kann, sie voneinander unterscheiden kann und sagen kann, ja, das stand dafür und das stand hierfür. Wie sieht es denn hier aus, wenn wir diese Art von Eigengestaltung wählen, die Herr Wandmacher hier vorschlägt? Also diese auf globale Eigenschaften reduzierten Icons, die sich auch in diesen globalen Eigenschaften unterscheiden, das ist das, was Wandmacher hat, wenn man das zusammennimmt, na, dann ist beides gegeben. Denn durch die Reduzierung auf globale Eigenschaften und zusätzlich noch, durch die Reduzierung darauf, dass ich immer nur so Strichzeichnungen mache an dieser Stelle, habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich optische Schreihälse habe, zumindest relativ stark verringert. Und dadurch, dass ich Icons wähle, die sich in den globalen Eigenschaften unterscheiden, also nicht nur im Detail unterscheiden, das ist wichtig, nicht nur im Detail unterscheiden, habe ich es auch hingekriegt, die Unterscheidbarkeit immer geregelt, gesichert zu haben. Das heißt, diese beiden Anforderungen sind durch dieses Design zumindest, was Wandmacher hier gewählt hat, gut erfüllbar. Was natürlich hier nicht bedacht ist, ist, dass Icons bunt sein könnten. Also bei Farblichkeit muss man immer noch aufpassen, dass man nicht wieder einen optischen Schreihals erzeugt. Und auch der gleichmäßige Schwarzanteil, also wie viel Bild es eigentlich durch das Icon belegt, da muss man nochmal aufpassen und auch verschiedene Größen muss man beachten. Also nicht, dass ein Icon ganz klein erscheint und ein anderes Icon ganz groß. All das hat Wandmacher hier nicht bedacht. Aber seine Definition oder sein Vorschlag quasi, der hier ja rauskommt, diese auf globale Eigenschaften reduzierten Icons, die sich in diesen Eigenschaften unterscheiden, sind ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Und das ist genau auch der Vorschlag, den wir hier machen wollen als Designlösung für diese beiden Designkonflikte. Wir nennen das reduzierte Icons und es sind auf globale Eigenschaften reduzierte Icons. Ich werde euch im nächsten Video nochmal eine kurze Zusammenfassung und ein paar abschließende Hinweise geben, wie sich das jetzt einfügt in unsere Icon-Klassen.